Musik 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 Zarmus Unlimited bereichert werden, um neues wie altes Stammpublikum für die vielen Facetten der alten Musik zu begeistern und andererseits die künstlerische Exzellenz in der Region gefördert werden. Überschneidungen zu anderen Musikbereichen sind dabei ausdrücklich erwünscht. Zarmus Unlimited ist eine gute Möglichkeit, sich immer wieder überraschen zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020